Patrick, ich muss. Boah. Was, musst du? W-w-w-w-w-w. Häng die Cops ab, sagt er. Oh, nein. Ich bin am Arsch. Hä, du kannst doch Geld bezahlen. Oder nicht? Ich will da bei Los Santos bei Customs rein. Achso, achso. Du meinst mit Lester. Weil das geht eigentlich so. Ich darf das sowieso nicht meinen, weil das ja mein Auto ist. Achso. Doch, tunen kann er das ja trotzdem. Ja. Soweit ich weiß, ja. Aber er kann es halt nicht für sich bei Anspruchung. Es wäre reichlich dem nichts, quasi. Geld dafür auszugeben. Also genau richtig für Christian. Du, was? Das ist doch nicht normal, was war das denn jetzt?